Vorher hatten wir ein bisschen was gelernt über verschiedene Anwendungsarten von Datenbanken. Es gibt eben so die klassische Datenbank, die einfach Anwendung bedient. Das ist dann das klassische OLTP für Online Transactional Processing. Und dann gibt es die Datenbanken, die eigentlich eher für Auswertung genommen werden. Und die nennt man dann OLAP oder Online Analytical Processing. Und in dem Fall benötigen diese beiden Anwendungen eigentlich sehr unterschiedliche Datenbank-Designs. Und diese Designs wollte ich euch ganz kurz vorstellen. Fangen wir mit einem Beispiel an. Angenommen, wir haben ein klinisches Arbeitsplatzsystem, das auch Medikation von Patienten dokumentieren kann. Und wir wollen vier Sachen dokumentieren. Wir wollen wissen, wer ist der Patient, welches Medikament hat dieser Patient gekriegt und von welchem Hersteller ist dieses Medikament. Und natürlich, wann wurde dieses Medikament verabreicht. In unserem Beispiel haben wir jetzt Patient Herr Müller. Herr Müller hat jetzt Aspirin und Heparin bekommen, jeweils von der Pharmafirma PharmaXY am 11.10.2021 um 10 Uhr. So, jetzt ist es so, dass es Grundsätze gibt, wie man eine Datenbank designen soll. Und eines dieser Grundsätze ist, dass man eigentlich keine redundanten Informationen in der Datenbank drin haben will. Was bedeutet das? Wir wollen eigentlich nicht zum Beispiel den Hersteller PharmaXY an verschiedenen Stellen in unserer Datenbank drin haben. Angenommen, der Name dieses Herstellers ändert sich, es ist ganz schwer, in einer sehr komplexen Datenstruktur alle Teile zu finden, wo dieses Feld angepasst werden muss. Und man kommt in Teufelsküche, sollte man jetzt vergessen, ein Feld anzupassen, weil dann ist die komplette Datenbank inkonsistent. Und mit diesem Problem haben sich Informatiker schon sehr lange beschäftigt und haben so gewisse Regeln aufgestellt, wie Datenbank designt werden sollen. Eine Möglichkeit ist es, dass man die Datenbank normalisieren kann. Was bedeutet normalisieren? Normalisieren bedeutet, dass man jede Information nur genau an einem einzigen Feld in einer Tabelle auffindet. Und was das bedeutet ist, dass man eigentlich diese große Tabelle in ganz viele kleinere Tabellen aufbrechen muss, die sich gegenseitig referenzieren. So, jetzt versuche ich das gleiche für unser Beispiel zu machen. Eine normalisierte Variante von unserer Dokumentation würde jetzt zum Beispiel so aussehen. Wir haben jetzt in der Mitte die eigentliche Bewegungstabelle oder die Fakten-Tabelle und dort wird eigentlich nur der Zeitpunkt der Medikamentengabe dokumentiert. Alles andere referenziert eigentlich nur andere Tabellen. Es gibt zum Beispiel eine Tabelle, die heißt Patient. Dort ist zum Beispiel Herr Müller erfasst und Herr Müller hat jetzt eine Patienten-ID von 3. Und in dieser Fakten-Tabelle wird dann einfach nur Patient-ID 3 referenziert. Und so muss man den Patienten eben auch nur einmal anlegen. Das gleiche gilt für die Medikamente. Wir haben eine separate Tabelle eben für die verschiedenen Medikamente. Und wir haben eine separate Tabelle für die Pharmahersteller. So würde jetzt zum Beispiel eine normalisierte Variante aussehen. Und es ist jetzt eigentlich so, dass es jetzt eigentlich in diesem System auch nicht nur darum geht, zu dokumentieren, was der Patient jetzt wann gekriegt hat. Sondern vielleicht sollten auch andere Informationen noch in diesem System verwaltet werden, wie zum Beispiel Orders. Wann wurde dieses Medikament bestellt? Für welchen Preis? Und das ist dann eigentlich auch sehr einfach. Man braucht einfach nur eine zusätzliche Tabelle. Und diese zusätzliche Tabelle referenziert wieder die Hersteller-Tabelle jetzt in dem Fall und die Medikamententabelle. Und enthält dann vielleicht noch weitere Informationen, wie zum Beispiel, wie teuer ist dieses Medikament. Wozu das natürlich führt, ist, man hat ein System, das ganz viele Aufgaben übernehmen soll. Und das sehr viele unterschiedliche Tabellen hat. Und das macht das Ganze sehr komplex. Man hat praktisch ein Netzwerk von Tabellen, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und um eine brauchbare Tabelle aus diesen vielen Stücke Tabellen zu kriegen, muss man eigentlich viele verschiedene Tabellen zusammen joinen in der Operation, damit man dann auch die Fragen beantworten kann, die man an das System hat. Für analytische Daten ist ein normalisiertes Datenbankschema allerdings eher nicht geeignet. Wir haben ganz viele Datenelemente, die wir auf einmal analysieren wollen. Und, wie wir gesehen haben, bei einem normalisierten Datenschema muss man eigentlich ganz viele kleine Tabellen miteinander verbinden, damit man eigentlich die Tabelle bekommt, die man dann wirklich anfassen will oder auswerten will. Jetzt muss man sich überlegen, wenn wir ganz viele Daten analysieren wollen, dann müssen wir ganz viele Joins durchführen. Und jedes Join braucht eine gewisse Zeit für einen Prozessor. Und was man versucht, in so analytischen Datenbanken, ist eigentlich die Zahl der Joins zu verringern, einfach weil man so viele davon ausführen muss, weil man so viele Daten auf einmal in die Hand nimmt. Und eine Art der Datenmodellierung ist hier eben das Starschema oder das Sternenschema, das eigentlich sehr einfach aufgebaut ist. Es gibt eine zentrale Datenbank, die alle Fakten enthält. Und um diese zentrale Datenbank, die das Hauptteil der Daten enthält, sind sogenannte Dimensionstabellen angeordnet, die zusätzliche Informationen liefern. Und was man hier versucht zu optimieren, ist eben die Anzahl der Joins und nicht, dass man ein normalisiertes Datenschema hat. Das heißt, duplizierte Daten können ja auch auftreten. Wenn wir das jetzt anwenden auf unser Beispiel, würde ein Sternenschema vielleicht so aussehen. Wir haben diese zentrale Fakten-Tabelle. Dort steht dann praktisch drin, welcher Patient wann welche Medikamente bekommen hat. Wobei die Medikamente ausgelagert sind in eine Medikamententabelle, hier auch zusammen gleich mit der Pharmafirma. Und dann haben wir vielleicht eine zusätzliche Patiententabelle. Und wie man hier sehen kann, befinden sich hier auch redundante Informationen in diesen Dimensionstabellen. So, es gibt jetzt dann auch noch einen Kompromiss aus einem normalisierten Datenschema und einem Sternenschema. Und das nennt sich das Snowflake-Schema oder das Schneeflocken-Schema. Dort gibt es wiederum diese zentrale Fakten-Tabelle, die die meisten Daten enthält. Und um diese zentrale Tabelle sind wieder Dimensionstabellen angeordnet. Allerdings nicht eine Dimensionstabelle, sondern Dimensionstabellen können wieder andere Dimensionstabellen referenzieren. Und das ist sozusagen der... ...